Ja, es war nicht einfach, die Piste war schwierig, aber es lief mir immer besser von Lauf zu Lauf und jetzt bin ich überglücklich, dass ich eine Medaille nach Hause nehmen kann. Das ist jetzt wirklich der grösste Erfolg, den ich bis jetzt feiern durfte und ja, ich bin super glücklich. Das zahlt sich natürlich jetzt aus, die ganzen Trainings im Sommer und ja, auch Schneetrainings, die man geleistet hat und ja, das ist jetzt die Belohnung, so eine Medaille nach Hause nehmen zu dürfen. Also auch morgen im Slalom heisst es wieder Vollgas geben, jetzt nach Hause erholen und ja, dann erhoffe ich mir morgen natürlich auch Chancen auf eine Topplatzierung.